Servus Jungs! Willkommen zum zweiten Tag unserer Reise nach Büdingen. Wir sind gerade in Büdingen. Das liegt daran, dass wir von Düdelsheim wieder nach Büdingen gelaufen sind. Die Beine danken es uns. Wir hatten gestern 25 Kilometer. Aber um 25 Kilometer sind wir gestern hier laufen. Dem Wanderfreaks macht das natürlich nichts aus. Aber irgendwann sagen auch die Beine über 30. So, dann sind wir wieder 8 Kilometer gelaufen von Düdelsheim hierher nach Büdingen. Jetzt sind wir in der schönen, wunderschönen Altsstadt. Büdingen hat wirklich eine verdammt schöne Altsstadt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hier ist so viel Fachwerk. Aber dazu kommen wir später. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem zweiten Tag. Tschüss mal! Ja Leute, das ist die Büdinger Altsstadt in dem Jahr. Wunderschön gelegen in der Stadt Büdingen ist ja klar. Jetzt komme ich zu der geografischen Lage. Büdingen befindet sich im Osten in der Wedau am Fuß des Vogelsbergs auf 160 Metern Höhe über Normal Null. Die Stadt am Seemenbach befindet sich 15 Kilometer nordwestlich der Stadt der Paparossa-Stadt Gelnhausen, 25 Kilometer nördlich der Stadt Hanau und ca. 35 Kilometer der Stadt Frankfurt am Main. Im östlichen Teil Büdingens schmiegt sich der Büdinger Wald an. Im Süden wird Büdingen vom Büdinger Meerholzer Hügelland begrenzt. Und Büdingen ist in der deutschen Fachwerkroute sowie auch in der deutschen Ferienroute Alpen-Ostsee zu finden. Büdingen grenzt im Norden an die Gemeinde Käfenroth, im Osten an die Stadt Wächtersbach, im Süden an die Gemeinde Gründau und Ronneburg, im Südwesten an die Gemeinde Hammersbach und Limeshain, im Westen an die Gemeinde Altenstadt und Glauburg und im Nordwesten an die Stadt Ortenberg. Büdingen liegt in einem feuchten, sumpfigen Tal. Die Schloss Unders und die Altstadt ruhen deshalb auf jahrhundertealten Eichenbullen, die auf Buchenfehlen aufgesetzt sind. Der Grundwasserspiegel muss deshalb konstant hochgehalten werden, damit keine Luft an den Unterbau gerät. Büdingen wird seit 1972 in 16 Stadtteile eingegliedert. Diese sind Aulendiebach, Büches, Büdingen, Karlbach, Diebach am Haag oder auch Herrenhaag, Düdelsheim, Dudenroth, Eckertshausen sowie auch Lorbach, Michelau, Orleshausen, Rinderbögen, Rohrbach, Wolf von Hausen und Wolferborn. Zur gleichen Zeit erfolgte die Auflösung des Kreises Büdingen und die Eingliederung in den Wetteraukreis. Die Eingliederung wird noch heute von den Bürgern als ungeliebt gefunden. Die schlichte Personal-Nahverkehrsanbindung in die Kreisstadt Friedberg verstärkt diese Einstellung zusätzlich. Büdingen wird häufig als das Rottenburgs in Hessen bezeichnet. Denn in der historischen Stadtkern befinden sich Fachwerkhäuser, die bis zu mehrere hundert Jahre alt sind, wie ihr hinter mir sehen könnt. Das Erdgeschoss wurde daraufhin früher immer mit massiven Sandsteinen gebaut. Das diente damals früher als Brandschutzursache. Sehenswert ist auch die gut erhaltene mittelalterliche Befestigungsanlage, wo wir uns auch gerade darauf befinden, die zum Teil gut erhalten ist, aber auch begehbar ist. Ihr könnt also auf den Stadtmoorn laufen, eventuell die Wehrtürme und das Stadttor könnt ihr euch auch anschauen. Denn Büdingen ist ja wie gesagt auf der deutschen Fachwerkhäuser zu finden. Das älteste Wohngebäude der Stadt ist das sogenannte Steinänderhaus. Denn wie ihr es schon sagt, ist dieses Haus komplett aus Stein gebaut im Gegensatz zu den anderen Fachwerkhäusern der Stadt. Mit seinen burgartigen Mauern hat es die wichtige Aufgabe, den Brückenkopf am Mühltor zu schützen. Das Steinänderhaus ist aber auch integraler Standteil der Stadtbefestigung. Im Jahre 1503 wurde auch das Jerusalemer Tor gebaut, welches nach der Pilgerreise eines Sohnes des Grafen Ludwig eine Kopie des Jerusalemer Schaftores ist. Das Büdinger Schloss, eine staufliche Wasserburg, die von ihren Herren immer als Schloss bezeichnet wurde, erhielt ihr jetziges Aussehen im 16. Jahrhundert. Und auch heute noch lebt dort die Familie Fürst zu Isenburg und Büdingen. Der äußerste Schlosshof ist für Besucher frei zugänglich. Die Gebäude können aber durch geführte Besichtigung erkundet werden. Direkt hinter dem Schloss befindet sich der weitgehend freie Schlosspark, der den Büdingern momentan oder schon die ganze Zeit als Naherholungszentrum dient. Das älteste Renaissancegebäude der Stadt ist der Oberhof. Das Wandhaus des baufälligen Küvers aus dem 16. Jahrhundert diente 2013 als Archiv für Dokumente aus der Zeit der Fürstlichen Verwaltung. Das historische Rathaus war das Zentrum des Marktes Büdingen. Es diente als Markthalle, Tanz- und Spielhaus und im Obergeschoss als Hochgericht. Heute beherbergt es das Fürsohnmuseum und den Sitzungssaal der Stadtverordnetenversammlung. In zwei Tagen ist Büdingen nicht zu schaffen, wegen der Geschichte Büdings. Deswegen haben wir uns zu Hause hingesetzt und werden jetzt die Geschichte nacherzählen. Die Herkunft des Namens Büdingen ist nicht endgültig geklärt. Ortsnamenforscher gelten zwei Möglichkeiten als wahrscheinlich. Einige Forscher sehen den Namen Burdingen, einem Königsgericht Thing, abgeleitet. Andere leiten den Namen vom Nachkommen eines Buodo, den Burdingen, ab. Woher die Familie stammt, die sich seit mindestens 1131 von Büdingen nannte, ist nicht geklärt. Gesichert ist jedoch, dass deren Vorfahren große Güter in der Wetterau besaßen und dem Hochadel angehörten. Die Ur-Büdinger waren treue Anhänger der Staufer. Das Geschlecht von Büdingen lebte an der Grenze der Interessenbereiche der geistlichen Fürsten aus Mainz und Fulda, die etwa in der mittleren Wetterau an das Gebiet der Landgrafen von Hessen angrenzten. Über Jahrhunderte waren die Herren von Büdingen Puffer zwischen diesen beiden Machtblöcken, die ihre Herrschaft auszudehnen versuchten. Bereits in früherer vorchristlicher Zeit war das Gebiet um Büdingen besiedelt. Als Beleg für die keltische Besiedlung der Region zählt insbesondere der archäologische sehr bedeutende Fund des Keltenfürstens vom Klauberg aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Wie der Fund in Hirzenhain und Rinderbürgen belegen, wurde hier Brauneisen verarbeitet. Nach den Alamanen, die zwischen 260 und 500 für Düdelsheim belegt sind, folgt eine weitere Besiedlung durch die Merowinger. Auf etwa 700 datiert der Beginn der Errichtung der St. Remigiuskirche in Büdingen-Grosendorf als hölzerne Eigenkirche eines unbekannten Grundherren. Im Jahre 847 wurde Büdingen in der Wormser Bischofskronik erwähnt. Dabei ist nicht sicher, um welches Büdingen es sich handelt. Die St. Remigiuskirche wurde etwa 1050, dem doch chronologischen datiert, zur heutigen Gestalt umgebaut und aufgestockt. Im Jahre 1131 wurde die Herren von Büdingen erstmals urkundlich erwähnt. Hartmann I. von Büdingen wurde 1170 Vogt und Burgraf der Pfalz-Gelnhausen. Die Villa Büdingen wurde 1206 erstmals urkundlich erwähnt. Das edelfreie Geschlecht der Herren von Büdingen starb mit Gerlach II. nach 1240 und vor 1247 im Mannesstamm aus. Erben waren seine Schwiegersöhne die Herren von Hohenluhr, Brauneck, von Isenburg, Kempenich, von Trinberg, von Breuberg und von Isenberg. Letzt darin gelang es, die anderen Garnäben aus dem Büdinger Burgsitz zu verdrängen. Im Jahre 1259 war die erste Erwähnung des Gerichts Büdingen. Am 26. Juli 1330 verlieh Kaiser Ludwig der Bayer Luther von Isenberg Herren zu Büdingen für seine Stadt das Markrecht. 1353 begnadete Heinrich II. Herr zu Büdingen seine Stadt mit dem großen Freiheitsbrief. Nun eigenverantwortlich für den Schutz ihrer Stadt wurden die Schützen organisiert. Die Büdinger Schützengesellschaft bezieht sich auf dieses Gründungsdatum. 1442 wurden die Herren von Büdingen zu Grafen erhoben. 1578 begnadete Kaiser Rudolf II. die Grafen zu Büdingen mit dem Jubilatenmarkt. 1806 wurde die Grafschaft Isenburg-Büdingen dem Fürstentum Isenburg-Bierstein einverleibt. Mit dem Wiener Kongress 1816 wurde das Fürstentum Isenburg zwischen dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt und dem Kurfürstentum Hessen-Kassel geteilt. Die Stadt Büdingen kam an Hessen-Darmstadt. Graf Ernst Casimir III. wurde 1840 durch Dekret des Großherzogs in den erblichen Fürstenstand erhoben. Zwischen 1480 und 1510 ließ Graf Ludwig II. einen mächtigen Mauergürtel vor die älteren Stadtmauern legen und bestückte diese mit 22 Türen und Halbschalen. Diese Mauer sind noch heute vollständig erhalten und waren eine der bedeutendsten spätmittelalterlichen Festungsanlagen Deutschlands. Nach dem Wormser Reichstag vom 1521 kam Martin Luther auf seinen Weg in sein Eisenacher Exil durch das Büdinger Land und fand im Hause Isenburg Bewertung. Zumindest wird das vermutet, da die Herrschaft von Büdingen und Germas dem Grundsatz Sirius Regio, Eos Religio, auch ihre Bürger schon im gleichen Jahr zum evangelischen Glauben konvertierten. Mit Fortschreiten der Reformbewertung in Deutschland wurde die Stadt später calvinitisch. 1576 raffte die Pest viele Bewohner dahin, 1632 spürte sie erneut in Büdingen, 1590 brannte bei einem Großbrand 48 Schwunggebäude nebst Scheunen und Stallungen nieder. 1434 nahmen kaiserliche Truppen Kroaten Büdingen ein, vertrieben die Schweden und hausten übel in der Stadt. Verschiedene Bürger kamen ums Leben und viele Häuser brannten nieder. 1601 begründete Graf Wolfgang Ernst die Lateinschule, das heutige Wolfgang Ernst Genasium. Mit einer Toleranz lud 1712 Graf Ernst Casimir I. zum Bau in Büdingen ein. In der Folge entstand bis 1724 vor dem Untertor Jerusalemer Tor die Vorstadt, in der sich Glaubensflüchtlinge wie Huguenotten, Waldenser und Inspiranten aus anderen Gegenden ansiedelten. 1822 wurden Verwaltung und Justiz im Großherzogtum Hessen-Darmstadt getrennt. Büdingen wurde Sitz des Landgerichtsbezirks Büdingen aus dem 1852 der Landkreis Büdingen hervorging. Hessen-Darmstadt war 1828 mit Preußen eine Zollunion eingegangen, die jedoch im Handel mit dem an Büdingen grenzenden Kurhessen Kassel erschwerte. Die Landbevölkerung der Büdinger Provinz verarmte zunehmend und war durch Teuerung, Verbrauchsteuern, Arbeitsmangel, niedrige Löhne, hohe Abgaben, Willkür der Polizei und der Verwaltung verärgert. Um aufkeimende Unruhen vorzubeugen, verlegte die hessische Regierung zum Schutze ihrer Interessen ein Militärkommando nach Büdingen, das bald eine Stärke von 60 Mann erreichte. 1830 gab es in Büdingen Zollunruhen. In der Nacht zum 30. September versammelten sich 2000 bewaffnete Bauern vor der Stadt und verlangten Zugang. Zunächst weigerte sich die Stadtregierung, aber als die Zahl der Aufrührer weiter anwuchs, öffnete man ihnen die Tore. Sie verwüsteten das Zollbüro und verbrannten die Akten, bevor sie gegen Abend wieder abzogen. Tage später stellten Butzbacher Dragonair den Haufen und vertrieben die aufführerischen Bauern. Im Jahr 1839 wurden die Handwerkerschule, später Gewerbschule, gegründet. Zwischen 1867 und 1868 entstand das Mathildenhospital. 1879 wurde die Vorschuss- und Kreditkasse, heute Volksbank, gegründet. Ab 1739 bestand eine Postverbindung zwischen Büdingen und Frankfurt am Main. Mit wöchentlicher einer Postkutsche und zweimal einem reitenden Boten. In den Jahren 1869-1870 wurde die Eisenbahnlinie Büdingen-Gelnhausen gebaut. 1869 entstand das neue Gymnasium mit Turnhalle und Direktorwohnung. Zwischen 1888 und 1895 baute die Stadt eine Wasserleitung und begann mit einer Teilkanalisierung. 1910 wurde das staatliche Gaswerk errichtet. 1913 erhielt Büdingen elektrisches Licht. 1911 wurde in der Brunostraße die neue Volksschule erbaut. Die Gründung der landwirtschaftlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft erfolgte 1920. 1965 wurde das Bürgerhaus mit Stadtbücherei eingeweiht. Ab 1936 wurde Büdingen-Gamison-Stadt. Die Krüger-Kaserne wurde errichtet. Dort waren das Maschinengewehr Bartholome 3, die Panzerabwehrabteilung 15 und während des Zweiten Weltkrieges die Panzerabwehrersatzabteilung 9 untergebracht. Von 1945 bis 2007 wurde die Kaserne als Armstrong-Barax von verschiedenen amerikanischen Einheiten der United States Army wie der 3. US-Panzerdivision genutzt. Als letzte Einheit verließ Mitte 2007 das erste Bartholome des 1. Kavallerie-Regiments Hanau des VUS-Cops mit rund 620 Soldaten und mehr als 900 Familienangehörigen Büdingen. Während der Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 wurde beschlossen, ein Teil der ehemaligen Kaserne als eine der größten hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen zu nutzen. Bis März 2016 nahm Büdingen knapp 800 Flüchtlinge auf. Jo Leute, wie ihr seht, wir sitzen jetzt in der Bahn wieder. Das heißt, unsere Tour Büdingen hat sich somit zum Ende geneigt. Jetzt gibt es folgendes zu sagen. Wir hatten zwei Tage Büdingen lang gehabt. Letztes Mal war es so, dass wir Bad Orb innerhalb von zwei Tagen zerpflückt haben. Also wir haben Bad Orb wirklich geil aufgeklärt. Wir haben ganz ehrlich gedacht, Büdingen kann man auch in zwei Tagen schaffen. Weiter nein, Leute. Büdingen in zwei Tagen ist unschaffbar. Büdingen ist riesengroß, haben wir gesehen. Weil weitläufig, Büdingen hat viel Information. Wir haben euch einige Informationen gegeben, aber noch nicht alle. Das liegt darin, die Chronologie fehlt noch. Die kommt aber noch am Ende dran. Also nicht wundern. Da fehlt auf jeden Fall was. Das kommt noch. Das haben wir zeitig einfach nicht geschafft. Eigentlich wollten wir uns auch die Ronneburg von innen angucken, wie ihr am ersten Tag gesehen habt. Das hat aber auch nicht hingehauen, weil die Ronneburg montags geschlossen hat. Museen und Burgen haben montags geschlossen. Klar hätten wir im Internet gucken können. Warum wir das nicht gemacht haben? Weil wir es können. Aber wir können ja auch auf den Gülteturm gehen, weil ich denke, die hat schon offen. Aber er hat nicht offen. Also konnten wir euch die Ronneburg nur von außen zeigen, was sehr schade war. Weil die Ronneburg ist eine sehr, sehr schöne Bau, auch sehr alte, wie ihr gesehen habt. Ich kann euch sagen, dass der Brunnen, der in der Burg ist, 96 Meter tief ist. Ich kann euch sagen, dass der Burgfried, der Turm 32 Meter hoch ist. Das war alles, was ich euch sagen kann. Fazit, Büdingen war sehr, sehr schön. Wir haben informationsmäßig nicht viel geleistet, dafür haben wir sportlich viel erreicht. Kilometermäß sind wir, glaube ich, mal bestimmt an die 35 bis 40 Kilometer gelaufen. Das ist ein Daumenwert hoch. Oder einfach zu sagen, ihr seid verrückt. Ich entscheide mich für das Zweite. Ich ebenso. Sehr gut. Moment, Moment, Moment. Ich ratter gerade durch. Die Bahn rattert auch. Genau, Pension, Apfel-Stübchen war sehr schön. Wie gesagt, es ist eine Pilgerstätte. Wird alles unten verlinkt. Wer will, kann ich das mal angucken. Was gibt es noch zu sagen? Warum ausgerechnet Büdingen? Ganz einfach. Vor genau, beziehungsweise zwischen 15 und 16 Jahren, waren wir das letzte Mal in Büdingen gewesen. Das war mit der Grundschulklasse, mit der vierten Klasse. Das war unsere erste Klassenfahrt nach Büdingen. Das hat einfach nur verdammt geprägt alles da. Weil Büdingen, damals war es schon sehr schön. Oder, was sagst du dazu? War eine auf jeden Fall interessante Klassenfahrt damals. Sehr gut. Jetzt haben wir unsere eigene Klassenfahrt gemacht, eine Privatklassenfahrt, kann man so sagen. Eigentlich wollten wir auch Bilder von der Jugendherberge zeigen. Wir wollten auch noch ein bisschen mehr von Büdingen zeigen. Aber, jetzt bei uns, wir hatten wieder mal ein persönliches Problem. Vielen Dank, liebe Ansage. Hast du es ja schon gemacht. Einer von uns hat verletzt. Der hatte schon vorher eine Verletzung gehabt. Die ist dabei ein bisschen... Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Es ist aber nichts Schlimmes gewesen, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, lebt er noch, überlebt er? Ja, der ist hart im Nehmen. Er hält die Kamera. Er hält die Kamera? Ja, er ist es! Nein, Spaß beiseite. Er hat halt eine Blase am Fuß. Und jeder kennt eine Blase am Fuß, die eine Blase im Fuß, wenn er eine Blase am Fuß noch mal bildet, ist nicht so schön. Wie bildet sich überhaupt eine Blase in einer Blase? Das ist stark. Die aufgegangen ist. Was ist eine Chris-Frage an euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Und, ja, von daher ging das alles nicht so gut. Wir möchten uns auch nicht rausreden. Wir haben uns einfach mit Büdingen total überschätzt. Man kann, in der Großstadt werden drei Tage gebrauchen können. Vielleicht sogar vier. Drei wäre besser. Innerorts noch eine Unterkunft wäre natürlich Bombe gewesen. Das ging aber nicht, weil leider alles ausgebucht war. Echt? Sieben Kilometer entfernt von Büdingen ist doch auch okay. Also okay, wenn man dann einfach mal den Bus sieht und sagt, das ist er nicht. Und der Bus fährt vorbei und man sagt, das war der Bus doch. Und sie sagt, weißt du, was machen wir jetzt? Komm, wir laufen die sieben Kilometer. Ist nix. Stockfinsthaft, die Bilder habt ihr gesehen. Weiß nicht, wir haben keine Bilder gemacht. Und ich habe keine Bilder gemacht, außer eins mit den Zwergen. Den Zwergen, so dunkel war es. Und wir hatten von uns gerade... Powerbank haben wir die Taschenabber genommen, damit wir wenigstens den Weg sehen, weil wir sind mitten durch die Perrie gelaufen. Google Maps hat uns durch Felder geführt. Aber wer kam an? Das ist das Wichtigste gewesen. Wer kam an? Und ja, geschlafen haben wir wunderbar. Zweiter Tag heute, BAMS. Ja, das war unsere zweite große Wanderung nach Bad Orb. Wenn ich jetzt vergleichen würde, würde ich immer noch sagen, Bad Orb, äh, unschlagbar, aber gut, das ist halt Meinungsverschiedenheit. Wir wünschen euch, hat dieses Video wirklich viel Spaß gemacht. Euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, kommentiert ist. Erzähl den anderen von den Wanderfreaks, Ice-T-Freaks, Longboard-Freaks, dass sie ganz schön einen an der Schraube haben. Aber das ließen wir und damit können wir gut leben. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Du hast alles gesagt, mein Freund. Nee, immer. Ich sag immer alles. Und er weiß, ich hab immer noch irgendwas. Er redet mich nicht sehr gerne, aber es ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben alles rausbekommen, was wir wollten. Nächste Wanderung? Keine Ahnung. Nächste Longboard-Tour? Keine Ahnung. Alter. Kommen die Ice-T-Freaks mal wieder? Sieht schlecht aus. Weil Videomäßig, Wanderung macht auf jeden Fall mehr Spaß. Und wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.